Ich schätze, dann kommen wir aber erstmal nicht mehr zurück, deswegen lass die mal liegen. Okay, wir kommen eh nicht großartig weiter, wie mir scheint. Gut, dann laden wir dich mal nach. Genau, das war zu erwarten, dass wir dann nicht mehr hochkommen. Hier hat man doch nette Gesellschaft. Ich verziehe mich dann gerade wieder. Ich muss halt mal gucken, wo es hier weitergeht. Ich muss da vielleicht noch irgendwas zum Secret finden oder so. Nö, da kann ja nichts sein. Hier an der Wand ist auch nichts. Okay, wir können hier runter. Ey, ich dachte gerade schon, ich war noch gar nicht im Wasser. Da hätten wir Leben und wir könnten hier einfach mal so gegen den Strom, also gegen den Vlies, irgendwie... Ach Gott. Tschüss. Die Dame. Ich glaube, ich kann mir doch erst das Leben holen. Da kommen doch hier bestimmt gleich irgendwelche Gegner. So. Dann gucke ich erstmal, wo die... Wo uns das hier hinführt. Ah, das ist ungünstig. Okay. Was tut man nicht alles für ein wenig Essen? Einmal. Zweimal. Zugang zu einem grünen Schlüssel. Das ist schön. Wo ist der grüne Schlüssel? Können wir hier raus? Nö. Erstmal nicht. Wir können hier aber wieder hoch. Und dann den Kollegen mal wegschießen. Da, der grüne Schlüssel zum Beispiel. Auf Wiedersehen. Wo ist denn hier noch einer? Ja, ich muss dann doch mal nachladen. Scheiß auf die sechs Schuss. Sicher ist sicher. Ja, ja. Klappe, Mädel. Oh, kleiner Grafikfehler. Tschüss. Gehen wir mal ein bisschen weniger Risiko ein. Wo waren die auch nicht? Ich glaube, weiß nicht. Eine grüne Tür habe ich auch noch nicht gefunden. Fällt mir mal gerade ein. Wo geht's hier hin? Mädel, wo bist du denn? Wie kannst du mich denn von dort aus treffen? So, ich verziehe mich jetzt erst mal. Du kannst da fluchen, wie du willst. Ach nee, komm, kleiner. Du fällst mir jetzt gerade noch gefehlt. Irgendwas rummort hier aber ganz komisch. Ja. Ja. Komm, lass dich zerlegen. Läuft der schon mal ganz gut gerade. Okay. Ach schon, der war ja ganz hier am Anfang der grüne, äh, die grüne Tür. Äh, andere Richtungen. Gehen wir mal wieder zurück. Hoffen, dass uns hier nichts dumm kommt. Bringt es was hier hoch zu gehen? Ich glaube nicht. So, hallo, grüne Tür. Was hast du denn? Hm. Ein Gang. Hier mal wieder ein bisschen nach Secrets suchen. Scheint erst mal nichts zu sein. Ah, Phil. Phil wohnt hinter einer blauen Tür. Einmal Secret bitte. Oh, Angel. Aber vielleicht mit Victoria. Na, wer sagt's denn? So, da hätten wir die Sachen schon mal mitgenommen. Gucken, ob man da vielleicht irgendwie nachher mal reinfallen kann. Wo führt uns denn die Brücke hier hin? Ach, jetzt sind wir hier oben. Das ist doch auch schön. Hallo, CD. Ein Kleiner. Möchtest du noch mal zum Spielen rauskommen? Spielen wir? Fang die Kugel. Na? Okay, keiner da. Ja, ich muss sagen, mit Teamspeak, also ohne Teamspeak im Hintergrund läuft das jetzt halt auch deutlich besser. Immer diese hinterhältigen Neutrons. Kann ich ja nicht gut heißen, sowas. Okay, ich glaube, hier kann ich echt besser mit den Fäusten durch. CD! Den starte ich auch. Und zwar mit meiner Faust. Na, das wollen wir doch mal sehen. Da hätten wir noch einen. Der ist aber auch schon soweit erledigt. Da hätten wir eine rote Tür. Es steht hier nichts Lesbares. So, tschüss. Es war schön mit dir. Okay, wir können hier runter. Das ist auch gut. Denke ich zumindest mal. Ah, blauer Schlüssel. Sehr gut. Wahrscheinlich wieder mit Gegnern. CD mitnehmen. Ich glaube, nach Secret suche ich dann, wenn ich hier ein bisschen gesäubert habe. Wahrscheinlich öffnet sich das hier, sobald wir den Schlüssel uns genommen haben. Ich glaube, dann gehe ich doch erstmal nach Secret suchen. Ich muss es dann hier wieder Türen und Toren hochgehen. Und der Kleine ist es wirklich gefolgt, wie es den Anschein hat. Okay. Ich will hier was finden. Ich wage es ja zu bezweifeln. Ich denke mal, das öffnet sich dann gleich. Können wir da irgendwo hochklettern? Ne. Na ja, gut. Dann. Oh, Vorsicht. Böse Falle. Die Wichser. Okay. War ja zu erwarten. Ja, einmal nachladen, bitte. Danke. Ah, da wäre was zu essen. Alter. Okay, das werden wir nicht überleben. Ich glaube, ich sollte mich da erstmal zurückziehen und gucken, dass ich die irgendwie einzeln zerlegen kann. Ich denke, da haben wir dann mehr davon. Okay, das Ganze dann nochmal. Hier erstmal öffnen. Danke. Das ist ja alles so schön. Doch dann kamst du. Kommt. Lasst euch mal hier zerlegen. Danke. Nächster bitte. Hopp, hopp. Lasse er sich blicken. Das ist ja gerade nochmal so gut gegangen. So, hinterher rennen und verprügeln klappt meistens ganz gut. Ja, das kennen wir ja alles schon. Ja. Die Minzer-Money hole ich mir später. Ich will erstmal gucken, dass ich hier ein bisschen vorankomme. Klappe da hinten. Auf den billigen Plätzen. Gut, lief ja einigermaßen. So, damit wäre der Schlüssel zugänglich. Den können wir auch nochmal gerade zerlegen. Fix. Dann holen wir uns noch ein bisschen Muni mit. Und die Firma dankt. So, der wäre weg. Ungünstiger Zeitpunkt, um nachzuladen. Wurde zum Glück nicht bestraft. Okidoki. Da hinten wäre auch noch was zu essen. Klappe. So, hüpf. Gucken wir mal, ob wir diesmal den Angriff überleben können. Danke sehr. Hast du ja aber gerade einen schönen Platz ausgesucht, mein Kleiner. Kann man richtig guten Muni sparen. So, sonst war aber keiner mehr da. Weiter geht's. Ich denke mal, das sollte sich auch noch ganz gut machen. Hier unsere Rüstung. Vor allem jetzt hier gleich bei dem hinterhältigen Angriff. Tschüss. Stimmt, hier war es ja auch schon relativ hinterhältig. Ja, dann komm. Zack, zack. Wie gesagt, ich denke mal, das ist ganz gut, hier ein bisschen Muni zu sparen. Du blöder Sacki. Ah, jetzt stürzt es doch mal wieder ab. Okay. Dann nochmal auf ein neues. Also, das geht ja auch relativ fix. Und so großartig weit vorgegrumsen wird es ja immer noch nicht. Laden wir mal den Spielstand. So. Wieder mal die Runde machen. Zack. Ah ja, genau. Es kam ja Gegner. Und die werden erledigt. Wie die ganzen Meer-Mädels. Ich weiss ja auch nicht so recht. Lecker. Klappe. Au. So, lief auch einigermaßen. So. Können wir ihn da mal wegballern? Können wir. Zwar jetzt nicht so erfolgreich, aber immerhin weg. So, und ich werde jetzt noch Muni einsammeln. Hui. Hallo Muni. Hier dürfte dann auch mal zerlegt werden. Ja, lauf ruhig weg. Ist mir ganz recht. Haben wir denn hier vielleicht noch irgendwas verstecktes? Ich glaube... Das sieht nicht so aus. Okay, dann... Oh, diesmal ging es halt echt schnell. Ich glaube, im Moment läuft wieder irgendwas schief. Also, ich weiß nicht, das scheinen auch echt so random Abstürze zu sein. Weil ich habe jetzt halt auch nichts geändert. Es läuft das gleiche wie vorher. Und ich weiß nicht. Du schiefst ja. Du schiefst.